Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen rein. Ich würde sagen, wir gehen rein, Freunde. Hässlich? Untenrum? Muss ich einfach mal so sagen, ganz ehrlich. Hallo? Ja, ich hab Zeit. Was ist denn? Warte, ich komm gleich wieder, eine Sekunde. Oh Gott, das wird richtig unlustig und cringe. Richtig unnötig wird das. Theo, jung Unternehmer und ein bisschen kontrovers. Und er datet heute sieben Götz... Einfach, die sagt sogar erst ein bisschen kontrovers, ja. Gleichzeitig. Hinter dem weißen Vorhang stehen sieben Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Also ich glaube, ich werde in dieser Folge sehr, sehr viel beleidigen. Er sieht so aus, als würde er nicht wissen, was er anziehen soll. Oder drei. Mal gucken. Ich bin Deo, bin 19 Jahre alt, Kausende von Hamburg und bin leider nicht insolvent gegangen. Deswegen suche ich jetzt meine Frau. Drei, zwei, eins. Was ist dein erster Eindruck? Also da sind auf jeden Fall ein, zwei Sachen, die gehen für mich schon mal gar nicht. Echt? Was ist das Beispiel? Hier die Pipi-Landstrumpf-Schuhe da. Du Tacks meinst du? Ja, ja, genau. Ach, Mann. Dreckige Schuhe finde ich auch immer ein bisschen... ist Quatsch. Warum ist das Quatsch? Ja, warum trägt man dreckige Schuhe? Schuhe müssen doch sauber sein, oder nicht? Die sind ja auch funktional, ne? Ich bin auch kein Fan von so ganz breiten Hosen da. Ah, du bist nicht so... Oh, was? Er mag mir diese Skinny-Brackers? Auf Baggy. Ja, das hier ist Quatsch. Er mag diese Skinny-Brackers? Ist das ein Film? Das ist Quatsch. Das ist ja... Okay. Altkleidersammlung. Ah! Ja, also wenn ich jemanden rauswählen müsste, dann... Warte, du hast ja noch eine Frage. Achso, stimmt. Ich habe auch eine Frage. Vielleicht überzeugt dich Nummer vier Jahre mit Frage. Jetzt Frage, das stimmt. Stell dir doch einfach erstmal alle so ein bisschen vor. Ich bin Olivia, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Kleve. Kandidatin Nummer zwei. Schau doch zu Olivia. Ich bin Lana und ich komme aus Bonn und ich bin auch 18. Kandidatin. Aber hört sich sympathisch an. Ja, oder? Finde ich, ja, ja. Und Nummer eins nicht? Ist okay. Kleve ist eine super Stadt. Ja, okay. Einer will ja wirklich alles und jeden haten. Digga, was hat der denn für lange Schuhe, Chad? Guck mal, seine Schuhe, ja. Was hat der denn für einen langen Fuß? Nein, ist auch okay, aber zwei ist sympathischer. Okay, Kandidatin Nummer drei. Ich bin Helena, ich komme aus Nähe Hamburg und ich bin 21 Jahre alt. Was heißt Nähe Hamburg? Lüneburg. Ah, okay. Was ist dein Lieblingsclub in Hamburg? Geh nicht feiern. Ah, okay. Ist fair, ist fair. Ja, dann vier. Ich bin ein Noah, ich bin 21 und ich komme aus Herne. Und sonst gibt es nichts Interessantes über dich noch, außer dein Alter, wo du herkommst? Ja, weiß ich nicht, was du interessant findest. Was machst du in deinem Leben so? Ja, ich mache eine Erzieherausbildung im Kindergarten. Und mit Kindern ist es immer gut, wie Schielehrer. Ja, du hast doch gesagt, du liebst Kinder. Das ist doch schon süß. Das stimmt. Kandidatin 5, erzähl mal was über dich. Hi, ich bin die Silvana, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Nähe Saarbrücken und studiere BWL. Hast du auch zu dir, oder nicht? Ja, ich bin zu blödsinn, bis zu studieren. Echt? Ja, krieg ich nicht hin. Ich hätte jetzt auch gedacht, du studierst BWL. Nee, ich habe für Realschulabschluss. Kann ich dich nicht weg? Ich bin Jana. Er studiert Eiri-Wissenschaften. Er gibt diesen Vibe. Ja, ja, damals bei Johnny Tess, genau dieser kleine Eiri. Ja, ja, genau der hier. Ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Düsseldorf. Was heißt Nähe Düsseldorf? Ja, Neues. Aus so einem Kaff. Und was machst du gerade so im Leben? Ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und fange jetzt auch im August meine Erzieherausbildung an. Alle Erzieher hier, ich weiß nicht, wollen die mich erziehen? Digga, ich sage es euch, wie es ist, Chat, Erzieher, eine Frau, die Erzieherin ist, Beste, Digga. Die kann sich um Kinder kümmern, fertig. Hey, aber sie ist krass, sie ist eine Fabeltur, sie hat Abitur und macht jetzt eine Erzieherausbildung. Kann dir das in 7 erzählen, was über dich? Ja, ich bin die Liz, bin 19 und komme aus Bochum und mache mein Abi gerade. Okay. Soll ich da mal einfach eine rauskicken? Ja. Das ist jetzt aber auch schwierig, weil ein paar davon sind hässlich untenrum. Muss ich einfach mal so sagen, ganz ehrlich. Ja. Aber sind sympathisch. Ja, und das ist natürlich immer, das muss immer so. Wen muss ich so rausgehen? Also ich finde sogar das noch schlimmer. Nummer 2? Also die 2 als die Nummer 4. Echt, warum? Weil das ist ja so. Bei dir ist es noch okay, aber das ist zu breit. Das ist ja, ich will gar nicht wissen, wie das obenrum aussieht. Das ist ja wirklich. Das ist nicht so rein Stil. Ja, die, 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 weiß ich nicht, das geht ja fast über den Show rüber vorne. Ist okay, jeder hat seinen Geschmack, wie gesagt, aber ich glaube, die 2, die würde ich ja raus. Raus damit. Nein, Kandidatin Nummer 2, du konntest jetzt hervorkommen. Hallo. Hi. Oh mein Gott, ich liebe deinen Style. Lana, du slayst, girl. Du slayst so gut auf. Danke. Wirklich. Hallo, sorry, war nicht böse gemeint, ne? Alles gut. Alles gut, kommt auf jeden Fall sehr sympathisch rüber. Danke. Ihr seid auf jeden Fall 2. Ja, man, wisst ihr, was ich jetzt checken, Bruder? Bei Soffodorf-Folge, wo einmal Bachelor war, die macht so einen Disclaimer mit, Disclaimer. Diese Person, äh, nö, nö, nö. Bruder, jetzt lädt die hier so einen Theo Strattmann ein, Bruder, die sagt sogar selber, der ist kontrovers und er ist mit Abstand einer der größten 80s, Bruder, die es gibt, Bruder, ich check's nicht. No Front, wirklich gar nicht, ich will gar nicht haten, aber das ist so dieser Auf-Kampfmann, wollte irgendwie ein virales Video schaffen mit einer kontroversen Person. Bam, komplett nach hinten losgegangen. Mehr Dislikes, tote Aufrufe, weiter geht's. Gegensätze. Theo Strattmann unter meinen Schuh. Unterschiede, ja. Das ist dann ganz witzig. Ja. Aber ich hab mich schon gefragt, wie sie oben weitergeht, aber es ist völlig in Ordnung, jeder hat seinen Geschmack. Aber ich bin, ich hab früher auch Baggy-Hosen sogar getragen, ich war ja früher viel Skater und so. Aha. Also es ist nicht so, dass ich es immer gehasst hab, aber inzwischen ist es absolut gar nicht mehr meins. Was sagst du zu ihr? Das ist auch nicht so meins. Mann. Ihr werdet zwei witzige Gegensätze, ich sag's ja. Ja, ne? Das wär lustig. Okay, danke, dass du da bist auf jeden Fall. Auf, danke. Drückdauer drückt. Schönen Tag. Danke. Tschüss. Tschüss. Dann nächste Runde. Drei, zwei, eins. Welches Outfit findest du am besten? Okay, okay, zeig mal, er hat deine Slump analysiert. Drei, zwei, eins. Welches Outfit? Ich find das cool. Und das war's dann aber irgendwie auch wieder, muss ich sagen, ja. Ich find das ist cool. Der Rest irgendwie tönt mich gar nicht an. Alle Quatsch. Alle Quatsch ist crazy hate. Am besten. Ich glaub immer noch die Nummer fünf. Echt? Bist du nicht so ein Rockgirl? Doch auch, aber ich mag's auch, wenn's so ein bisschen schlichter ist. Ich hätt jetzt gedacht, Nummer zwei wär voll der eins. Mit dem Pulli. Er ist aber auch schön, Nummer zwei, muss ich sagen. Und mit dem Schmuck und so. Mag ich gerne. Ich hätt jetzt gedacht, sie, auf jeden Fall. Die sehen auch alle gut aus. Sortieren wir mal die Pfennigfüchse jetzt raus, würd ich sagen. Fangen wir mal an mit eins. Was ist dein Lieblingschampagner? Ich mag Genshaut. Ich mag keinen Champagner. Champagner wie Torte? Harte Frage, wirklich. Chad, was ist euer Lieblingschampagner? Meiner ist Dom Perignon. Keine Ahnung, ob das überhaupt Champagner ist. Shoutouts. Ist kein Problem, was trinkst du sonst so? Ich bin so der Wodka-E-Typ. Oh, oh. Hey, deswegen ist das, dass du's redest mit Ponser Martini oder so, aber Wodka-E, das ist wirklich, da kriegst du ja nur Kopf von. Kandidatin 2, was ist dein Liebling? Er hat grad reagiert wie ein 50-Jähriger. Champagner? Ich hab keinen so genau, aber ich trink sehr gerne Gin Tonic oder Gin Basile. Sag gerne einfach mal Lieblingsgetränk, falls ihr noch ein Champagner habt, könnt ihr auch sagen, aber was ihr gerne trinkt. Ich trink auch kein Champagner, aber wenn Bier, Astra. Wohl Bier manchmal sogar ganz sympathisch ist. Astra find ich auch voll lecker. Ja, also einfach, wenn du mal so ein Bierchen trinkst, so. Ja, Bier ist dieses kleine Bierchen. Beer to the Moon. Kölsch. Kölsch, ich hab ja... Bist du angerufen? Hallo? Ja, ich hab zwei. Was ist denn? Warte, ich komm gleich wieder. Bei einem Minute, warte. Warte, Emil, ich komm gleich wirklich wieder. Hatt ich auch noch nie. Ja, nö, wir haben Zeit, so. Was hast du gerade gemacht? Rotunlustig, richtig cringe, richtig unlustig. Richtig, richtig cringe. So richtig so, unnötig, unauthentisch. Richtig so, weißt du, dieses Miskinverhalten, wo du denkst, ey, Chat, ich bin gerade Feuer und Flamme. Ich bin gerade Feuer und Flamme. Geschäfte? Ne, leider nicht. Okay. Ich war privat. Kandidatin 4, was ist dein Lieblingsgetränk? Zum Alkohol her trinke ich gerne Cremor Weinberg Pfirsich, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist mit etwas, also Cremor und Pfirsichlikör ein bisschen und dann halt vielleicht, sonst trinke ich gerne Orangensaft. Orangensaft trinke ich aber auch gerne, so einen frisch gepressten Orangensaft zum Frühstück. Kandidatin Nummer 5, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich trinke tatsächlich gerne Aperol oder Lele oder Wein. Aperol geht immer, Aperol, Maracuja ist auch geil. Ja, ich mag Aperol auch. Und Kandidatin 6? So an Alkoholische Getränke trinke ich gern den Mojito oder Ipanema. Ja, jetzt ist es schwierig. Was ist dein Lieblingschampagner? Ruinarrosé eigentlich. Oh ja, Ruinarrosé-Chat soll bei ihm rein. Kostet der so? Der ist nicht teuer. Oh. Ist nicht 90 Euro im Einkauf oder so, ne? Okay, hast du jetzt irgendjemanden, der dir nicht so gefallen hat? Ja, 1. Es tut mir leid, du kannst sympathisch sein, aber Wodka-E ist, äh... Es ist einfach nicht. Ja, dann 1. Okay, Kandidatin 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Schön, dass du da bist. Ich schnachs lieber größer. Hallo, na? Hallo. Ich trinke mit dir ein Wodka-E. Oh, die schmeckt so schön. Ja, Wodka-E ist leider nicht so meins, muss ich zugeben. Ganz gut. Aber ist okay, wenn man es trinkt. Ist nicht gut fürs Herz, wenn du viel Wodka-E trinkst. Skinny Bitch ist besser, kennst du das? Ne. Das ist, äh... Wodka-Lemon-Soda, glaube ich. Wodka-Wasser. Ja, Wodka-Soda mit Lemon. Wer ist der Dude? Arwin, so ein reicher E-D, der so richtig unsympathisch ist und so. Davon hast du keinen Kopf. Musst du mal was probieren, mit einer Zitrone drin, das schmeckt super. Dann probier ich Sauce. Mhm. Fast. Was denkst du von ihm? Ist sympathisch, ja, aber nicht so ein lustiger Typ. Du kleiner Depp. Ja, aber ich bin ein bisschen anders. Aber du sagst deine Meinung, ne? Ja, man darf sie wie ihr nehmen. Besser, als hinterm Rücken verlogen zu sein und die Meinung nicht zu sagen, meiner Meinung. Oh ja, das stimmt. Also lieber direkt sein, statt, dass hier irgendwas vorzuflungern kann. Stimmt, ja. Okay, danke, dass du da warst. Dankeschön, schönen Tag dir, ne? Tschau. Tschüss. Jetzt kommen wir direkt in die nächste Runde. Also ich sag ja ganz ehrlich, eins find ich sogar am besten. Wusst ich, ich weiß gar nicht mehr, was... Aber, weißt du, was eine 10 von C gewesen wäre? Hä? Wenn sie diese Cowboy-Boots hättest. Tot! Die findest du gut. Ja, ja, aber die sind so, die sind mir ein bisschen, die erinnern mich ein bisschen so an New Yorker. Echt? Nee. Digga, was für Cowboy-Schuhe, wie tot? Ich glaub, die sind von Naked Duels, ne? Wie heißt der? Naked Duels, die sind teuer. Echt? Mhm. Ja, also Cowboy-Boots find ich sehr geil. Weißt du, was ganz wichtig ist? Ja. Ganz wichtige Frage, womit macht ihr eure Haare? Eins. Dyson. Ja, das ist es nämlich. Dyson braucht jede Frau. Das ist ganz, ganz wichtig. Bro, es ist viel zu leidenschaftlich, wenn es um Dyson geht. Die Eins. Jetzt sagen natürlich alle Dyson. Nee, ich lass Luft trockenen. Okay, Luft, kenn ich mich nicht mit aus. Drei. Ich hab auch einen Dyson, den benutze ich auch gerne. Wichtig, dann können wir zwei schon mal heiraten. Vier. Ja, mein GHD-Lockenstab. Ja. Äh, ich benutze immer einen Diffuser bei Schablocken. Das hab ich auch schon mal gehört. Eins ist schon am besten, glaub ich, bis jetzt. Was findest du nicht so gut? Okay, Dyson, Luft. Zwei mag ich mir gerne. Luft trocknen? Gar nicht. Ich mag das Outfit auch nicht von der Zwei so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann Kandidatin Nummer zwei, du kannst jetzt da vorkommen. Hallo. Hi. Findest du David? Hallo, na? Ja. Also, Chad, nicht böse gemeint, ne? Aber ohne Spaß bei Soffo immer maximal tote Chayas. Immer, Bruder. Die Lufttrocknung hat's gemacht. So ein Kack. Aber deine Haare sind schön aus. Dankeschön. Sie gefärbt, ja, ne? Ja, ja. Das sieht gut aus. Alles gut. Am gut. Nehmen wir das nicht persönlich, ne? Was hältst du von ihm? Ja, weiß nicht. Anderer Style haben wir, weil, glaube ich, völlig. Anderes Ding. Ja, ich glaube, auch eine ganz andere Lebenseinstellung. Andere Zielgruppe. Ja, ich glaube, ich könnte so ein Leben gar nicht führen. Was für den Leben denn? Ja, so dieses, dass ich so viel Wert auf so aussehen und so lege. Ich lege da gar nicht so viel Wert drauf, aber es muss beides passen. Ja. Aber du bist auf jeden Fall super sympathisch. Danke schön. Ich kann sich mit dir sehr gut unterhalten. Ja, bestimmt. Danke, dass du da warst. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Nächste Runde. Drei, zwei, eins. Was ist dein Lieblingsoutfit auf Anheb? Also ich sage euch, wie es ist, okay? Das ist stark, das ist stark, das ist tot und das ist grausam. Auf eins. War klar. Und danach zwei, ne? Ja, zwei, drei. Und dann vier? Vier, ja. Okay. Eigentlich so, wie sie stehen. Nächste viel Wert auf so Schmuck oder Hände? Ja, finde ich schon wichtig. Dann könnt ihr alle mal eure Hände zeigen. Zeig mal her, was die können. Zeig mal her, komm. Aber ich muss sagen, ich finde es auch schön, wenn einfach mal nichts an den Pfoten ist. Also Nummer zwei. Naja, wo eins und zwei. Super. Ja, finde ich auch schön. Aber ich finde eins auch gut. Ich finde es drei auch gut. Alle Hände. Aber ich mag bei drei die Nägel nicht so gerne, die müssen zu lang so. Echt? Bisschen billig aus. Billig? Ah. Ah. Finde ich nicht. Naja, das ist ja auch immer Geschmackssache, ne? Mhm. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, habt ihr Hobbys? Nummer eins. Also ich gehe tatsächlich sehr gerne schwimmen. Ich mache das auch schon seit ich, keine Ahnung, drei, vier Jahre alt bin. So Leistungssch... also so mit so Bahn ziehen oder so? Ja. Ich hätte, ich ziehe auch Baden, aber auf eine andere Art und Weise. Ja! Jetzt mittlerweile eher als Hobby. Es hat sich verlaufen halt, nach der Jugend würde ich sagen. Ähm, aber ja, das ist so mein hauptsächliches Hobby und nebenbei ja ein bisschen Sport. Mache ich aber auch ganz gerne tatsächlich, so morgens im Pool, dann erstmal ein bisschen schwimmen. Gegenstromanlage an. Zack. Zwei? Also meine Hobbys, ich gehe gerne ins Gym. Dann so drei bis viermal die Woche, wenn es gut läuft. W-Hobby! Nebenbei gehe ich auch gerne tanzen und singe auch nebenbei gerne. Dann sing mal, äh... Ja, gib mir ein Beispiel. Verliebt verloren, vergessen verzeihen. Verdammt, bin ich glücklich. Ich war zu viel im Skiurlaub. Sing das, was du magst. Luciano kommt jetzt. Nein. Hier. Pop, 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 pop. Einen Moment, einen Moment. Gänsehaut. Gänsehaut. Nervös. Ähm. Kein Stress. Was ist dein Lieblingssong? Boah, ich höre einfach viel so. Bellet Call. Grow oder so. Also Rap. Meine Chick heute groß. Boss, ich mach Millionen. Ja, oder so Poprap. Aber sing mal, was du gerne hörst. Und manchmal träum ich nur von dir. Bitte sag, was muss ich tun, dass du mich hörst. Denn ich wäre euch schon gern bei dir. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Hey, voll cool. Kannst du dir SDS gehen? Kommst du schon eine Runde weiter. Dankeschön. Kandidatin Nummer drei. Bei mir hat sich der Sport tatsächlich während dem Abi ein bisschen verlaufen. Grausamer Gesang. Ich küsse dein Herz. Torter Gesang. Wenn ich mal so viel Zeit hatte, aber ich habe früher auch sehr gerne getanzt. Torter Gesang. Und vier. Ich gehe auch ins Gym und ich gehe sehr gerne Billard spielen. Ich habe noch zwei Fragen. Mann, alle. Erste Frage ist, was sind eure ganz kurz und knackig, was sind eure Ziele im Leben? Unabhängigkeit. Nummer zwei. Einfach glücklich im Leben zu sein. Dass es meiner Familie gut geht und mir halt hauptsächlich auch gut geht. Das ist schon mal sympathischer. Als Unabhängigkeit? Ja, ich finde, es ist, also für mich ist es auch mein, also mein Ziel im Leben ist, mir was aufzubauen für meine Kinder, für meine Familie später. Okay. Nee, meine Kinder sollen sich f***en. Die sollen auf gar keinen Fall Streamer werden. Stell dir vor, mein Sohn wird Streamer. Geisteskrank, scheiße. Würde ich gar nicht fühlen, Junge. Der soll was Richtiges machen. Das ist so, also, sonst hat man ja keinen wirklichen Sinn dahinter, würde ich sagen. Kandidatin Nummer drei. Ja, bei mir wäre es auch auf jeden Fall finanzielle Unabhängigkeit und ich möchte auf jeden Fall viel von der Welt noch sehen und Kinder natürlich auch. Sehr sympathisch, aber auch viel von der Welt. Da hätte ich auch direkt noch eine Frage, aber es darf ja auch nicht zu lange gehen. Kandidatin vier. Also mein Lebensziel ist es auf jeden Fall, eine Familie zu gründen und später ein Haus mit der Familie zu haben und Kinder auf jeden Fall zu gründen. Ey, ich hätte doch richtig Bock, ein Kind zu kriegen. Stell euch jetzt vor, Chat. Stell euch vor, ich streamen hier mit meinem Sohn zusammen. Stell euch vor, ich sitze hier mit meinem Sohn zusammen, Bruder. Da kommt eine Chaya, die sieht nicht gut aus und der sagt einfach, tut. Sehr sympathisch. Also du bist ein Familienmensch? Ja, total. Du auch, was? Ja, ja. Ach süß, okay. Also zwei und vier sind gerade gut dabei. Obwohl du vier nicht so gut im Outfit haben bist, ne? Ne, aber ich würde, glaube ich, trotzdem vier ausroten. Echt? Warum? Das ist gar nicht mein Geschmack. Das ist pink und Leo. Ja, ja, mag ich nicht. Ich glaube, bei Leo ist es entweder... Du musst deinen Sohn Nils nennen, lass mich in Ruhe. Du liebst es oder du hast es. Äh, ich mag es nicht so gerne. Okay, fair. Dann Kandidatin Nummer vier, die wir uns jetzt hervorkommen. Hallo. Na, du? Ja, ja, super pick, mein Bruder. Ich finde, dass du da bist. Super pick. Ja, danke, dass ich mitmachen darf. Cool. Ich war aber auf jeden Fall sehr sympathisch mit der Familie und so. Ja, also Familie ist das Wichtigste bei mir. Wir sagen ja immer alle so, Familie ist das Wichtigste, um auf so Alibimäzweg sympathisch rüberzukommen. Ne, aber bei mir ist das Wichtigste. Aber es ist wirklich das Wichtigste. Ja. Also wenn du später eine tolle Familie hast, ne? Das ist schon viel wert. Was denkst du von ihm? Ja, also sie ist sympathisch und sie ist auch gut aus, aber er ist, glaube ich, nicht zu meinen Zeichen. Bruder, jemand meinte vorhin zu mir, zweites Wort, Artikel 1 Grundgesetz. Wie krass ist der bitte? Die Würde, das meinte Würde. Ich mag eher so Street-Look und so. Mir war das klar sogar. Also mir war klar, dass ich natürlich mehr die große Zielgruppe bekomme, wenn ich jetzt so breitere Jeans, einfach Oversize-Hoodie, so ne, Weste drüber. Aber du bist ja jetzt so auch nicht Mainstream. Deswegen, ich bin so einfach niss. Ja. Aber danke. Cool, dass du da warst. Ja, danke. Tschüssi. Hast du eine Frage fürs Hype-Finale? Wenn ihr jetzt im Urlaub seid, worauf legt ihr Wert? Boah, Chat. Wisst ihr, worauf ich Wert lege im Urlaub? Ich lege sehr viel darauf Wert, dass die Menschen, die mit mir sind, sehr entspannt sind und mich nicht stressen. Zweitens, okay, dass ich im Hotel mindestens ein Crush habe. Das ist sehr wichtig. So ein Hotel-Crush. Weißt du, damit du dich ein bisschen schick machst abends und so. Weißt du, du setzt dich in die Lobby und du sitzt auch so in derselben Lobby und du guckst euch so immer an ein bisschen, aber ihr redet nie miteinander. Und dann, der Strand muss sauber sein, genauso wie das Meer. Und viertens, das Essen muss geil sein und soll entspannt sein. Aber wie lange war ich nicht mehr in einem Hotel, Digga? Sonne, Swimmingpool. Einer schreibt, Alkohol und Getränke in Klammern, ich bin Moslem. Cocktail. Sonne, es macht mich so glücklich. Wenn ich einfach in der Sonne sitzen kann, das kann an irgendeiner Tankstelle sein, das ist das Geilste, was es gibt auf der Welt. Kandidatin 2. Ich auch, auf jeden Fall Sonne, im Urlaub, am Strand und am besten auch noch, dass die Umgebung passt und auch die Leute. Ey Chat, ich hoffe so gut, ich hoffe so krass, dass sie gut aussieht, ne? So, wenn die Leute auch so mit ihr reiben, dann passt es auch, finde ich. Safe. Kandidatin 3. Ich bin im Urlaub immer ganz cool, also nicht so Hotel, da sind mir ein paar zu viele Leute, so ein Haus mieten, am Strand, irgendwo, auf irgendeiner schönen Insel. Okay, du musst jetzt aber nur eine rauswählen. Das ist jetzt echt schwierig. Das ist echt schwer, ne? Bei dem Urlaub ist die alle drei ganz gut. Also ich muss sagen, ich finde von der Aufmachung her in der Mitte die Haare am schönsten. Ja, ja, Chat. Eins in dem Chat, wenn mir zustimmt. Haare so? Maximum. Maximum. Ich finde sie so krass, Bruder, diese Haare. Auch. Aber es wäre halt auch ganz gut, ne Auswahl zu haben zwischen einmal blond und einmal, weißt du, braunhaarig. Ja. Eine Frage muss ich vorher noch ganz kurz stellen. Wollt ihr, dass der Mann zahlt oder wie ist da eure Einstellung zu? Ich bin so ein bisschen konservativ. Ich verlange das nicht, aber beim ersten Date wäre das schon angebracht. Ja, Baba, Baba. Und sonst, finde ich, ist das ein Geben und Nehmen. Deine ganzen Kartierringe müssen sich ja auch irgendwie finanzieren. In meinem Leben ist es nicht ein Geben und Nehmen, ich gebe nur Arsch. Kandidatin zwei. Ich bin ehrlich, ich bin eher dafür, dass der Mann zahlt. War klar. Stark, ist doch richtig so. Ist doch ehrlich, Bruder, nicht die so um heiße Brei und so. Richtig anstrengend. Ja, das ist ja auch nur halb Brusten. Ja, deswegen. Also ich halte es auch dabei. Ich will nicht sagen, dass das bei uns in der Familie Tradition ist oder so, aber bei uns war es halt wirklich immer so, dass wenn wir dann an einem Tisch sitzen, dass der Mann dann auch wirklich immer zahlt. Ich kann es voll nachvollziehen und ich bin auch so ein bisschen auf dieser Einstellung, dass ich sage, komm, da drüber haben wir arbeiten gehen. Aber wenn der Mann arbeiten geht und das meiste Geld verdient, dann ist doch der Mann dafür da, die Familie zu versorgen. Aber eine Frau darf halt nicht so durchdrehen. Darf nicht so. Also ich will eine Freundin haben, die auch nicht schlecht gelaunt ist, wenn sie Economy in Urlaub fliegt oder so. Nein, also so. Und nicht die ganze Zeit sagt, ich will bis in den Klass fliegen. First class. Wenn nicht, dann fange ich dann an zu weinen. Weißt du? Dann Junge, mach dich mal gerade. Hast du gedacht? Also das ist so. Nein, also ich hoffe, du schätzt mich jetzt nicht so ein. So bin ich jetzt nicht so. Aber ist dir Unabhängigkeit bei einer Frau wichtig? Es ist eigentlich scheißegal, solange ich unabhängig bin. Und wenn ich dann weg bin, ist sie halt am Arsch, ne? Ich kacke ab, Digga. Sie halt für sich selbst überlegen. Ja, ist ja so. Also wenn sie nicht unabhängig ist, dann ist das ihr Problem. Ist halt dumm von ihr, ne? Kandidatin 3. Ich sag ehrlich, Chat, er hat Recht. An sich, er hat Recht, hä? Er hat doch mies Recht, Chat. Also warum hältst du? Ich finde, er hat Recht. Sie doch die Gef***te, wenn sie weggeht. Soll sie doch selbstständig bleiben. Ja, also ich sage immer, ich gehe nicht essen, wenn ich kein Geld dazu habe. Also natürlich freue ich mich, wenn der Typ... Aber wie er das rüberbringt? Ja, aber ich glaube, ich hätte es genauso rübergebracht. Ich einläd, aber ich verlang es jetzt auch nicht. Ich habe schon echt manchmal welche dabei, die hatten nicht mal ein Portemonnaie dabei. Das ist schon verrückt, ne? Ja, die tun so, als wenn sie in die Lettasche gucken. Nein, erst mal schmecken. Ja, ich muss... Ja, es ist echt schwierig. Daniel, würdest du deine Frau lieben? Ne, ich glaube nicht. Fehlt zwei raus. Zwei. Was? In der Mitte. Hey, wo kam das denn jetzt her? Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Warte mal. Nein, du kommst ja auch im Antrag. Was? Kann ich auch alle drei nehmen? Nein. Nimm dich mal ein bisschen, Bruder Herzens. Das gab es auch noch gar nicht. Können wir doch... Nein. Wir hatten ja noch die Frage, wie ist das für euch, wenn der Mann die ganze Zeit... Mann, Digga, ich wollte gerade sehen, wie sie aussieht. Wie geht ihr mit oft abwesendem Partner um? Bewegt es. Okay, Kandidatin 1, wie ist das für euch? Ich liebe das auch, mit mir selber Zeit zu verbringen tatsächlich. Und daher ist das für mich eigentlich kein Problem. Kandidatin 2? Kann ich nur zustimmen. Also ich finde, Privatsphäre gibt es auch. Und der Mann will auch wahrscheinlich sein Business selber ab und zu erledigen. Und die Frau ist in Ordnung. Ist einfach nur Russland, ne? Will ich ja auch mal zu Hause sitzen und alleine sein. Kandidatin 3? Ja, ich koche auch zwischendurch immer meine Me-Time, aber ich würde mich dann... Schrei, Bremdgehen wird bei mir groß geschrieben. Ohne Sinn. Natürlich auch freuen, wenn ich mal mitkommen kann. Ich weiß, das ist doch auch... Okay, also... Einfach meinen Humor, ich weiß nicht warum. Ja, ich will... Eine auswählen. Ähm... Ne, ich nehme die Mitte. Weil... Das finde ich crazy, was? Ne, ich finde es auch... Ich kann es... Ne, ich nehme jetzt... Ich nehme die 3. Warte mal, geht da mal hin. Und vielleicht... Nehmt ihr mal an die Hand. Probier es... Tamam, Bruder, er will Kopfnuss drücken. Was geht ab? Ähm... Wie leidest du mit denen? Cool. Ich könnte dir eine Fusselrolle empfehlen. Hab ich... Oh Gott, er macht es so unangenehm für die. Dabei. Ah, passt. Hab ich auch benutzt, aber jetzt waren wir so lange hier. Wie du sie anguckst, einfach. Wie so ein Papa. Kannst du dir auch mal vielleicht die Hand nehmen? Wollen wir anfassen, so ein bisschen. Guck mal, wie geht dir schon die Hand. Wachsfiguren hier. Ja, das sind halt Hände, ne? Hm, ja, es ist schwierig einfach. Mein Gott. Okay. Theo, du musst... Ich nehme die 3. Ich habe gesagt, du verunsicherst mich doch. Ich sage, ich will die 3 rausfehlen. Und du sagst, guck dir nochmal die Hände an. Guck dir nochmal die Hände an. Er hat aber ein bisschen recht. Er wortet jemand raus. Nein, mach doch nicht. Mach den. Er hat recht. Es ist doch schwierig für mich, wenn du mich noch mehr verunsicherst hier. Weißt du, was das Problem ist? Die ganze Zeit so eine schicke Miki-Frau, die kann einen auch irgendwann nerven. Aber sie ist auch nur halb. Sie ist ja in Deutschland auch gewandt. Er hat maximal recht. Er fragt ihr auch mal, geht ihr auch manchmal entspannt raus? Ja. Ja, auf jeden Fall. Wieso nicht? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, die wussten ja auch, dass sie dich daten. Und deswegen haben sie sich vielleicht auch ein bisschen dementsprechend angezogen. Nee, ich 3 kann raus. Okay, Kandidate Nummer 3. Hallo. Hallo. Schön, dass du da mal. Na, hallo. Is it that thing? Ja, war eine schwierige Entscheidung. Ja, alles gut. War die richtige Entscheidung. Ein Spaß. Nein, du bist ein hübsches Mädchen, auf gar keine Frage. Ich mag auch deinen Schmuck so ein bisschen, weil es nicht ganz so übertrieben ist. Einfach mal so ein bisschen basic, nicht nur so Gold wie bei denen da hinten. Schnick, schnack. Das hat aber Schuhe sympathisch, sympathisch auch. Ey, Bruder, er steht richtig reich, Chat. Kennt ihr das reiche Menschen so? Fahrt zu beim Sakko-Chat, so. Ja, ich weiß nicht. Er fährt einen Porsche-Chat, checkt ihr? Schuss. Dankeschön. Was denkst du? Ja, auch sympathisch. Das ist ja auch das Wichtigste, Aussehen ist ja völlig egal. Genau. Ne, das stimmt schon, ne? Ja, aber passt, bist sympathisch. Ihr werdet eigentlich auch ganz süß zusammen. Danke, dass du da warst. Danke auch. Tschüss. Schönen Tag, tschau. Bereust du es? Ne, also weiß ich nicht, mir ist das ja schon passiert. Ich bin ja eigentlich mit dem Gedankengang reingekommen, heute hier meine Traumfrau zu finden, aber du hast mich mal wieder enttäuscht. Frech. Tschüss. Wir haben hier zwei wunderschöne Frauen. Ja, ich habe das Gesicht noch nicht gesehen. Es kann ja auch sein, dass das jetzt aussieht wie bei Oma unterm Sofa. Ne, wei. Ich hau dir gleich eine rein. Ein Spaß. Bis jetzt so hübsche Frauen, sehr sympathisch. Die drei waren aber auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Aber die ersten Erzieher waren auch sehr sympathisch. Ich habe schon ganz vergessen, was ihr eigentlich macht. BWL eine, ne? Äh, ja, genau ich. Ebenfalls kenne ich aber auch noch im Restaurant. Echt, ja, schön. Und Kandidatin 1? Ich fange dieses Jahr an zu studieren. Und was? BWL auch tatsächlich. What? BWL ist so langweilig, Chad. BWLer. Ich hätte auch mal VWL machen können, meine... Ja. BWL noch schon mal. Hast du noch Fragen für die beiden? Erstes Date mit mir. Kandidatin 1. Ich finde Restaurant ist ein bisschen basic. Weiß nicht. Ne, ich sag euch, wie es ist. Erstes Date geht einfach in ein schickes Restaurant. Das ist zum Aufwärmen. Danach gebt ihr euch Mühe. Danislam gibt euch jetzt die Dating-Tipps. Ambiente, wo ihr daten könnt, okay? Schickes Essen. Erstes Date. Entspannt. Kennenlernen, reden, lachen, furzen. Fertig, passt. Spazieren. Super Idee. Bruder, spazieren. Auch super Date. Kann man immer machen. Spazieren. Planetarium. Geisteskrank. Bruder, Planetarium-Chat. Wisst ihr, was Planetarium ist? Ihr setzt da so zusammen und ihr guckt euch so Sterne an und so Mond und so. Digga, ohne Spaß. Krass. Museum. Trust-Chat-Museum. Okay, jetzt kommt ein Daniel Slumkoll. Museum. Wisst ihr, warum Museum? Ihr geht ins Museum, ihr guckt euch Sachen an, ihr denkt euch beide, was das für ein Scheiß. Ihr redet da drüber und lacht euch kaputt. Hey, du Opa. Luis, glaub mir, du bist noch jung. Bro ist seit 30 Jahren Single-Lager, aber gibt Dating-Tipps. Ich liebe es. Finde ich halt nice, aber ich glaube, was ich halt cool finden will... Sauna. Ja, so ein Spa-Urlaub zum Beispiel finde ich auch cool. Ah, direkt in den Urlaub, ne? Komm mal. Erster direkt, erstmal. Erstmal mal die Liven, erster Weg. Nee, aber so ein Spa-Urlaub finde ich auch mal was Cooles. Ich liebe das selber sehr, was für mich zu tun, was Gutes zu tun, warum nicht zu zweit? Wenn du jetzt bald auch anfängst zu studieren, dann brauchst du auch erstmal ein paar Urlaube vorher, ne? Weil das ja so anständig ist. Naja, das ist Müll. Ich kann es studieren. Ich will wieder studieren. Ich hoffe, musst du dich so... Bist du schnell gestresst? Schnell genervt? Ich? Mh. Na geht. Also es kommt drauf an. Manchmal ja, manchmal nö. Mh, mh. Kann der in zwei? Versuch mir die ganze Zeit das Gesicht vorzustellen, weil das ist echt schwierig, ne? War echt Angst, dass das gleich da so in die Ecke kommt und nicht in die Mitte hinkommt. Boah, die sind beide so hübsch schon von unterhalb ihres Gesichtes. Das stimmt, das stimmt. Da wird nicht Schlimmes passieren. Kann man das daran sehen, so als Frau hier, sagst du schon? Ja. Aber die tragen Peile, die eine trägt keine Kette, ne? Ich trag keine, mein Schmuck wurde geklaut. Echt? Ja. Na gut, dann kann ich dir ja direkt einen neuen kaufen, ne? Im Urlaub. Ja, siehst mal auch mal. Kein Problem. Einer schreibt, Del W, Del bist krank. Attil kennt sie auf jeden Fall schon, da möchtest du gerne nochmal hin. Okay, kann das in zwei Wurde, würdest du auf ein Date gehen? Aber dieses Mal original. Oh. Ich erkenne das gar nicht. Ähm, zwei. Ich bin ein Abenteuermensch. Ich würde tatsächlich gerne mit dir in irgendeinen Park gehen, wo es so Achterbahnen gibt. Ich weiß nicht, Legopark, Aquapark. Das ist cool, hä? Guck mal, er hat seinen Blick. Oh, da gibt's ja gar kein Champagner. Oh, welches dreckig. Oh, da hab ich Spaß. Oder Europapark. Ich mag sowas sehr, wirklich. Ist lustig so? Ja. Mal. Es wird spätestens lustig für dich. Erstes Date, wäre kein Chat. Ich fände nicht nach der zweiten Waren anfangen zu kotzen und so. Oh. Ich kann das gar nicht. Ich glaube, die Eins wird es heute. Ja? Okay, dann kann die Garten Nummer zwei, du kannst jetzt noch vorkommen. Er hat gefummelt, Chat, ich sag's. Um. Oh. Ja. Ah, scheiße. Hallo. Hallo. Hi. Ich hab die bei Snapchat, hä? Die war doch schon mal hier bei einem Video. Ich mache jetzt einen Snap. Ey, bist das nicht du in dem Video? Ist das auch wieder du, oder nicht? Sieht toll aus. Du auch. Deine Bräune ist wirklich. Dankeschön. Sieht auch toll aus. Hi. Hallo, na? Oh wow. Ja, schade. Was denkst du? Ja, wir können doch nochmal in Heide Park. Hab ich mir schon gedacht. Ja, ich mag Europa Park mehr. Dann gehen wir in den Europa Park. Mal schauen. Ich weiß ja nicht. Du hast dich ja für jemand anderes entschieden. Hm? Ich hab ja noch einen Joker da, vielleicht wird das dann auch... Oh, wenn nicht, ich geh mir zu viel. Wir gehen zusammen, Wackeling. Ja, ne, bist du auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Vielen Dank. Du siehst auch attraktiv aus. Ich mag deinen Anzug. Danke, 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 danke. Jan hat mich gefreut. Danke für die Täterhaber. Und du triffst nicht die falsche Entscheidung, siehst du? Wunderschön. Ja. Wunderschön. Tschüss. Danke, danke. Tschüss. Wir können ja auch zu zweit auf ein Date gehen. Ich weiß ja nicht. Wow. Die? Die ist krass. Bist du bereit? Noch nicht, aber... Bist du nervös? Ich stehe ja sehr nervös. Ich kann gar nicht mehr. Dann mach dich mal bereit. Du triffst hier gerade die Traumfrau. Okay. Sieht gut aus. Ich bin bereit. Dein Kragen sitzt. Cappy sitzt. Für mich auch. Du bist jetzt die Gewinnerin. Du kannst jetzt einfach hier unten vorkommen. Die war doch bei einem Video schon mal, oder? Wenn du so da bist. Das sieht auch richtig toll aus. Habe ich doch die richtige Entscheidung getroffen, oder? Ey, Recycling. Ja, der. Mann, Digga, die war doch schon mal bei einem Video da, oder nicht? Das ist doch die hier sogar, Chad. Nee, ich find... Chad, ich find irgendwie, die ist gar nicht mein Typ, ich glaub. Ich glaub, ich slide da gar nicht. Nein, doch ist Spaß! Nein, doch ist Spaß! Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit.